Wir hatten anfangs überhaupt keine richtige Vorstellung, wie das Bad aussehen sollte, weil oben im Haus quasi Wände komplett neu gesetzt waren. Es hatte auch eine Dachschräge und deswegen sind wir auch zu Elements gegangen, weil die halt eine super Individuallösung hatten und die haben uns quasi einen Vorschlag gemacht mit einer ersten Zeichnung, wie es aussehen könnte, wie die Problematik mit der Dachschräge ist und das hat auch super gepasst gleich und als wir den ersten Entwurf in der Hand gehalten haben, haben wir auch gedacht, ey wow, genau so ist es, genau so sieht mein Bad aus. Gerade bei diesem Projekt war jetzt das Besondere die Raumgröße. Wir wollten eine Badewanne, eine Dusche und auch die große Waschtischanlage unterbringen und da war schon die Herausforderung darin gegeben, dass wir den Platz so ausnutzen, dass wir auch alles optimal platzieren und es nachher praktisch auch wirklich ideal zu nutzen ist. Die Absprache mit den rausgeklappten auch super. Die Jungs hatten einen kompletten Schlüssel für das Haus und man musste gar nicht so telefonieren. Die sind quasi auch selbstständig ins Haus eingegangen und haben die Einbauten gemacht, haben mich dann telefonisch informiert, was heute passieren würde, was morgen passieren würde. Der Weg zum fertigen Bad mit Elements zusammen läuft so ab, dass wir als Fachhandwerker den Erstkontakt beim Kunden nutzen, um den Badcheck durchzuführen. Der zweite Kontakt ist dann in der Badausstellung zur Bemusterung der Objekte und als dritten Kontakt zeigen wir dann das fertige Angebot und das innerhalb kürzester Zeit. Vom Erstgespräch bis zur Fertigstellung ist alles echt viel schneller gegangen, als wir gedacht haben. Die haben das echt super schnell gemacht und wirklich mit super Qualität. Elements hat das Bad echt so klasse eingerichtet, dass es größer wirkt. Es ist ja ein sehr kleines Bad, aber die Optik ist einfach jetzt viel, viel größer, als ich mir vorgestellt habe. Man kann auch wirklich mit mehreren Leuten in diesem kleinen Bad sich morgens fertig machen, und das wäre auch kein Problem. Das ist echt gut gelungen. Elements – der einfachste Weg zum neuen Bad